Na oben Süß, bist du soweit? Nächster Hund ist im Auto. Nächstes Rumi ins Kitty. Und zweites Stückchen bitte hinterher. Jawoll, super klasse. Schnell deinen Kacki machen. Prima. Gut, du toller Beifahrer. Dann geht es wieder weiter. Jetzt holen wir noch den Jerry und den Römer. Da gibt es auch wieder Wurmis. Euch interessiert das alles gar nicht, ne? Prima macht ihr das. Ganz große Hundeklasse. Du wieder abgetaucht? Okay, bis gleich. Toll, wie du da sitzt, Pimpfi. Ja, fein. Autofahren ist cool. Ja? Ist wie ein Nest, wenn der Wind weht. Super, klasse. Mal gucken. Ja, ein richtiger Sitzepimpf. Machst du prima. Gut. Geht. Tische Lümer.